Die Straßenzeitschrift Vagabond kostet nur 1,20 Euro. Wenn du mit mir reden willst, musst du da was reinwerfen. Das ist ja nichts davon, finde ich aber ein bisschen übertrieben. Ich bin No. No wie Nein. Das ist ein Statement. Eine richtige Aussage, wenn du verstehst, was ich meine. Ich heiße Blue. Blue? Denn jeder von uns einen Obstachlosen aufnehmen würde. Dann gäbe es weniger Menschen auf der Straße. Was ist denn? Denn wir beschließen würden, dass die Dinge anders sein können. Auch wenn es schwierig ist und immer schwieriger als man denkt. Bücher haben Kapitel, um die einzelnen Phasen sauber zu trennen. Im Leben gibt es das nicht. Keine Titel, keine Warentafeln oder Hinweisschilder mit Achtung. Gefahr. Häufiger Steinschlag. Drohende Desillusionierung. Mir war etwas passiert, dessen Tragweite ich es erfassen musste. Ich sehe in den hellen Himmel und frage mich, sind wir wirklich so unendlich klein, dass wir nichts ausrichten können? Und jetzt ist ein Kind im Leben. Ich schaue in den Hagen. Ich schaue in den Hagen.